Liebe Leute, Mr1234, dies ist nur ein kurzes Statement und zwar habe ich mir heute folgendes überlegt, mein 500. YouTube-Video, ich gehe davon aus, dass ich soweit komme, am 31.12.2020 zu planen. Einfach mal so, weil die Zahl 500 echt schon eine große Zahl ist eigentlich und das könnte doch wirklich zum 31.12. passen. Zur Zeit stehe ich jetzt mit diesem Video bei 141. Ich kann ja nochmal nachgucken. Morgen werde ich auch nochmal meinen Kanal ein bisschen bearbeiten. Der Name bleibt aber gleich, das Profilbild auch. Und dann werde ich diese ganzen Videos nochmal durchchillen auch und mir die aufschreiben am Computer oder sonst wo. Und dann werde ich die Videos vielleicht nochmal bearbeiten und nochmal die Ordner auch ein bisschen bearbeiten. So, jetzt meine Sache. Und wenn ich, und ich werde es so machen, also bis zum 30.12. diesen Jahres ist mein Ziel auf 499 Videos zu kommen, so dass ich am 31. wirklich nur und ausschließlich nur das 500. Video machen kann. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich in diesem Video machen kann. Vielleicht wird es auch das 500. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was es wird. Silvester-Videos werden immer so, halt wenn halt geknallt wird oder geböllert wird, wird halt erst am 1.1. aufgenommen und das wird nicht mein 500. Video sein, sondern halt ein paar Stunden zuvor. Dann werde ich mir überlegen, was mache ich in diesem 500. Video oder ihr könnt mir selber was schreiben. Wie gesagt, ich werde die nächsten Tage meinen Kanal ein bisschen bearbeiten. Und ja, wenn, da muss ich mich sputen, weil ich wie gesagt, mit dem Video bin ich bei 141 angelangt. Dann muss ich gucken, schaffe ich es bis dahin, bis zum 30.12. auf 499. Dann reicht nicht ein Video pro Tag, auch wohl nicht zwei. Sonst müssen es schon drei oder vier sein. Dann muss ich halt gucken, was ich aufnehme. Wird nicht einfach, aber ich denke, ich schaffe das. Zurzeit sind wir noch im Sommermonat, aber das ist so jetzt mal mein Vorsatz für Ende dieses Jahres. Wie gesagt, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich im 500. Video machen soll. Oder ich lasse mir selber was einführen. Mal gucken, wer schneller ist. Auf alle Fälle, bis dann.